Jimmy Lynch hat was verdammt Wichtiges zu sagen. Er fordert von den Behörden Gerechtigkeit. Wenn du nicht einfach zu dem Bürgermeister sprechen wolltest. Hey, Herr Bürgermeister, was ist mit meinem Bruder? Aber keiner nimmt ihn ernst. Ist dabei, sich selbst zu opfern, um sicher zu gehen, dass die Botschaft gehört wird. Das Fernsehen hat hier nichts zu suchen. Ich will hier einen Ausweis sehen. Sofort. Einen Moment. Aber das Schlitzohr lässt sich nicht stoppen. Ab sofort bist du persönlich für diese Sache verantwortlich. Er, du, das, dieser Scherl, das bist. Dieser Scherl ist du. Ja. Ach Jimmy, du bist hundertprozentig einer von den Guten. Ich will diese Affäre endlich mal vergessen. Dieser Tag, das darf nicht wahr sein. Es kommt über Satellit. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Tag, Tag, Tag. Jeder einzelne von ihnen wird mir dabei helfen, diesen cleveren Burschen zu fassen. Er zwingt die Behörden in die Knie. Und ganz New York feiert ihn als Geld. Timothy Hutton ist das Schlitzohr. Tag, 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 Tag. annex der Widersteil Bis zum nächsten Mal.